Kinder im brennenden Haus Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. 2. Mose 15, Vers 6 In einem alten Bauernhaus, dem Elternhaus von Cornelia und Stefan, war plötzlich ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen züngelten wie grausige Fackeln zum Abendhimmel hinauf. Der Bauer und die Bäuerin konnten von den Nachbarn mit größter Mühe aus dem Haus gerettet werden. Und die Kinder? Man schaffte es nicht, die Kinder aus dem Haus zu retten. Und ach, das Feuer griff so rasend schnell um sich. Meine Kinder, meine Kinder, rief die Mutter durch all das Lärmen und Schreien der Nachbarn und Helfer hindurch. Ja, die Kinder waren nicht da, sie fehlten. Also mussten sie noch immer in ihrem Schlafzimmer sein. Halb ohnmächtig vor Angst und Sorgen liefen die Eltern auf das brennende Haus zu. Doch bevor sie die Tür erreichten, stürzte unter einem gewaltigen Funkenregen schon das Dach zusammen. Oh Gott, rette unsere Kinder, hilf, oh Herr, bitte hilf! stammelte und weinte die arme Mutter. Was war aber inzwischen mit Cornelia und Stefan geschehen? Die Kinder lagen in ihrem Zimmer in tiefem Schlaf. Da, auf einmal wurden sie wach und sahen Flammen zu ihrem Fenster hereinschlagen. Entsetzt vor Angst sprangen sie aus ihren Betten und riefen verzweifelt nach Vater und Mutter. Was sollten sie nun tun? Die beiden fassten sich an den Händen und kämpften sich durch bis zur Küche. Da stand der große, alte, gemauerte Backofen. Dieser war so groß, dass man gut hineinkriechen konnte. Und siehe da, Gott gab Cornelia einen rettenden Gedanken ins Herz. Sie riss die Tür des Backofens auf und schob Stefan hinein. Dann kroch sie selber auch hinterher und schlug die Tür hinter sich zu. Selbst drinnen im Ofen hörten die Kinder das Prasseln des Feuers und das Schreien der Menschen vor dem Haus. Stefan fing an zu weinen. Doch Cornelia tröstete ihn. Gott lässt uns hier bestimmt nicht verbrennen. Er ist bei uns. Komm, wir beten zu ihm, dass ihr uns vor dem Feuer... Sie falteten beide ihre Hände. Bitte, lieber Heiland, hilf uns, flehten sie. Es war schrecklich eng im Backofen. Die Luft wurde immer heißer und rauchiger. Die Kinder drückten ihre Gesichter in die Kleider hinein. Sie konnten kaum noch atmen. Doch gerade in dieser großen Not und Gefahr griff Gott wunderbar ein. Ein dicker Balken, der sich durch den Brand gelöst hatte, schlug in die Übermauerung des Backofens ein Loch und dadurch konnten Cornelia und Stefan wieder freier atmen. Draußen hatte man das Feuer inzwischen gelöscht. Die Eltern eilten nun schluchzend in die noch rauchenden Trümmer ihres Hauses. Sie glaubten, ihre Kinder wären verbrannt. Doch plötzlich hörten sie Rufe. Mutti, Vati, hier sind wir, öffnet uns die Backofentür. Sprachlos vor Glück und Freude rissen die Eltern die Ofentüre auf, holten ihre Kinder heraus und nahmen sie überglücklich in ihre Arme. Alle weinten vor Freude. Dann knieten alle zusammen nieder und der Vater dankte mit bewegten Worten ihrem Herrn und Heiland für die wunderbare Rettung und Bewahrung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017